Hallo YouTube, hier ist sie wieder, Schnupfennase Diego. Ja, es geht los, schnell nochmal eben ein Video raushauen. Und zwar habe ich gerade zu völlig später Stunde Post bekommen von Ritkan Stoß. Und zwar hat er wieder weitergebaut, er hat mir schon mal einen Zwischenstand gegeben. Aber jetzt ist er ein großes Stück vorangekommen. Er sagt, es gibt immer noch was zu tun an der Ananasinsel. Aber jetzt hat sich so viel geändert, das könnte ich mir ruhig mal angucken. Ja, also was als erstes auffällt, ist natürlich die PDA-Map im Ritkan Stoß-Style. Jetzt muss ich kurz auf dem anderen Monitor lesen, wo ist was dazugekommen? Im Süden. Okay, im Süden ist was dazugekommen. Müssen wir mal gucken. Wir werden, ist eine Vierfach-Map, wir machen vier Videos. Das sage ich euch schon mal gleich. Ich hätte es jetzt hier nicht in einer Viertelstunde einmal über eine Vierfach-Map drüber. Es gibt jetzt einen Kuhhof. Okay, so, das wollte ich ja noch mal, musste ich noch mal kurz nachlesen. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir uns hier so auf diesen Quadranten hier beschränken können. Du bist so nicht zufälligerweise ein Auto, was mir gehören könnte. Ah, doch, ist das geil. Ich habe mich voll erschrocken, dass ich einsteigen könnte. Ja, also, ihr kennt diesen wahnsinnigen Typen, namens red kein Stoß. Ähm, der hat, äh, zum, zum Mod-Contest, äh, eine Vierfach-Map rausgehauen. Äh, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Der hatte jetzt aber nicht so wie die anderen Leute zwei Jahre Zeit, sondern der hat das wirklich nur in der Zeit gebaut, wo man das bauen durfte, ne? Oder, das heißt, durfte, da, wo der Wettbewerb halt war, ähm, finde ich sehr schön. Also, finde ich jetzt schon sehr schön, ähm, zumal jetzt, ähm, ja, man kann dann halt mal so ein bisschen, ja, ich sag mal wie Urlaub, ne? Man kann mal so ein bisschen in anderen Sphären, äh, sich begeben, wenn man jetzt, boah, keinen Weizen mehr sehen kann und nicht nochmal Ballen stapeln, bitte. Und, boah, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann mal einmal so ein bisschen Urlaub machen. Urlaub vom LS machen. Mal ein bisschen, ähm, ja, Südsee ist das, ne? Im weitesten Sinne ist das eine Südseeinsel. Wir sind hier im Hafen. Wie gesagt, das ist noch nicht die finale Version, aber, wie er sagt, schon mal ein Stückchen näher in Richtung finale Version. Ähm, ihr habt ja gesehen, also, gut, man schraubt jetzt nicht jede Minute seines Lebens an so einer Map, ähm, aber, es dauert einfach, ne? Es dauert einfach sehr lange, also, wenn ihr mal guckt, wie lange das jetzt gedauert hat, vom Mod-Contest bis jetzt, äh, das ist schon gewaltig, ne? Ja, ich schau mal, ob ich irgendwas, äh, ich hab ja mal Glück, äh, also, die, die, die Mapper, die geben mir manchmal solche Sachen. Ich fahr da drüber, fahr fünf Meter und seh einen schwebenden Baum oder irgendwas aus, ne? So, weißt du, deswegen, ich, ja, und, ja, deswegen krieg ich solche Sachen manchmal. Ähm, ist natürlich schön, wenn wir alle fliegenden Bäume finden. Wo kommt denn das Ding hier? Das gehört zur Standard-Map, ich hab das noch nie gesehen. Ist voll das Mega-Teil hier. Wahnsinn, ne? Aber das ist, eigentlich ist das mehr so ein Binnenschifffahrts-Ding, oder? Du kannst doch nicht mit dem Ding auf dem offenen Meer rumkuttern, oder? Also, ich hab auch, ne, also, ich hab ja eh keine Ahnung von gar nichts, aber, äh, Seefahrt noch, noch im wenigsten von allen. Da müsste man mal gucken, ob wir hier vielleicht nicht doch mal so ein bisschen, so ein, zwei Pflänzchen vielleicht, was meinst du, so? Muss nicht, nicht zu viel, ne? Ich mein, gut, das ist eine Hafengegend, das ist, äh, lebensfeindlicher Raum, ne? Da wächst nicht viel, aber so ab und zu noch mal was, ne? Nicht übertreiben, schon klar. Es ist schwierig, da ein Mittel zu finden. Ähm, Wasserplane will er auch noch mal ran, hat er schon geschrieben. Das sind auch so undankbare Aufgaben, finde ich, ne? In so einer Wasserplane, da kannst du ja stundenlang drauf rumtouren. Und dann hast du so minimale Veränderungen und 30 Rückschritte. Und dann, boah, was hab ich schon im Wasserplan rumge-experimentiert, so. Ich hätte jetzt, äh, Wort gesagt, was wieder nicht durch die Richtlinien durchgekommen wäre. Äh, ja, also hier muss so ein bisschen Grünzeug hin. Also am Rand ist ja schon ganz gut, ne? Da ist ja schon mega Grünzeug. Ich mach einmal den Kulli-Check, check, check. Ja, Kullis-Check. Wir fahren. Ja, hier müssen wir mal gucken. Boah. Das tut weh, wenn ich huste, aber jetzt nicht, äh, im Kopf tut das weh. Also, ich weiß nicht, ich glaub, die eine Gänze ist beleidigt oder was. Ich weiß nicht. Na, guck mal, hier vorne stehen schon mal ein paar Bäume. Okay, also, ich, äh, würde sagen, ruhig noch ein bisschen mehr Leben reinpumpen in das Ding hier. Vielleicht kann man ja auch so ein paar Passanten heißen, diese Tiere. Die wachsen auf der Straße und so meistens am, am Seitenrand. Ähm, nee, die könnte man vielleicht mal hier rumstolpern lassen. Oder vielleicht so ein Gabelstapler, wenn man das hinkriegt. Ich kenn mich jetzt aber auch mit Spindeln nicht so aus. Hat's aber alles schon gegeben, ne? Dass da eine ganze Zeit so ein Staplerfahrer im Kreis fährt, ne? Naja, gut, ist halt eine Vierfach-Map. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, was an Produktionen geplant ist oder ob er große Freiflächen gelassen hat. Ist das hier der Händler? Das ist ja, du hast ja auf so einer Vierfach-Map hast du ja Möglichkeiten, äh, die sind ja, die sind ja unbegrenzt, ne? Ich merk grad, wenn ich mehr rede, muss ich auch mehr husten. Das ist voll doof. Ja, hier könnte, aber hier ist schon, ne? Jede Menge Dekoscheiß steht hier schon, ne? Ein Müllcontainer offen, auch sehr nice. Ne, und da muss jetzt noch ein bisschen, ein bisschen Unkraut zwischen. Ein bisschen so eine Dirt-Ecke. Wenn da nicht einer in den Mülleimer getroffen ist, ist zum Kotzen mit denen, ne? Ja, das sind diese typischen Reifenstapel. Bin ich eigentlich noch in meinem ordnungsgemäßen Quadranten? Ja, der Hafen, ja, ich halte mich noch in meinem vorgegebenen Quadranten auf. Aber man, man sieht, man sieht, was er will, wo die Reise hingeht. Es geht schon wieder in Richtung, äh, abartig. So, wir wollen mal einmal die Sackgasse ranfahren da. Wir fahren mal einmal, oh, fahren mal einmal über die Straße hier und dann, äh, da vorne rein. Dass wir auch mal ein bisschen die Landschaft sehen. Landschaft sieht sehr gut aus, so. Jetzt so auf den ersten Blick hier. Wenn man von uns aus Paderborn, ähm, Richtung Sauerland, so, so schräg, so am Sauerland vorbeischraubt. Äh, die haben auch so ein bisschen rötliche Erde. Ich weiß gar nicht, ob da auch... Also, ich weiß es eigentlich sicher nur, äh, in Australien ist es ja so, da ist wirklich Eisen drin, ne? Eisenoxid. Und, und deswegen ist halt die Erde rostet und deswegen ist die rot. Ob das, ähm, im Sauerland auch so ist, weiß ich nicht. Ja, hier könnte man mal die ganzen Sachen ausprobieren, die man sonst nie benutzt, ne? Wo du sonst im Traum nicht drauf kommst, ne? Und das zu benutzen. Zuckerrohr. Baumwolle. Puh. Ne? Oder mal richtig abartig Mais. Und dann nur Mais dreschen mal, so richtig so. Drei Tage lang oder so. Weißt du? Das ist sowas. Das kann man hier gut machen. Aha. Hier wird noch gebaut. Okay. Wir fangen mal querfeld ein. Wir wollen mal einmal so ein bisschen übers Land stolpern. Wie gesagt, das ist hier Work in Progress, ne? Das ist nicht, äh... Die Version könnt ihr noch nicht, äh, runterladen. Was ist das denn hier? Alter Vater. Wobei, ich sehe gerade auch so allgemein, äh, die Vegetation ist einfach spärlicher, ne? Das ist, glaub ich, äh... Gut, also hier sind wir auch wirklich am Rand der Map erst mal. So ist ja, wie gesagt, ist alles noch nicht fertig. Ja. Was kostet denn so ein Feld? Ist das schon... Ich weiß nicht, ob es das schon eingetragen hat. Lass uns mal gucken, ob er das schon gemacht hat. Ich weiß ja nicht, aber kein... Ja. Ist günstig. Was kostet denn das größte Feld? Oh. Okay. Aber hier, das, äh... Mal gucken, das schafft man dieses Video auch nicht mehr. Das können auch sein, dass das noch mehr als vier Videos werden. Ich muss... Ich muss jetzt erstmal... Ich muss mich erstmal zurechtfinden hier. Ich bin erstmal natürlich mega geflasht. Weil hier ist ja alles anders, ne? Und eine gewisse Sache muss man hier auch anders bewerten. Mal gucken, ob Hauptsache das reicht hier an Abstand. Ich weiß nicht, wie paddelig der Helfer ist, ob der das hinkriegt. Das müsste man ausprobieren. Mal mit so einer Schweinemaschine mal einmal so richtig und dann den Helfer rotieren lassen. Oh, hoffentlich klappt das doch noch mit den... Mit den anderen Videos und so. Also das hier ist mal ein Satz des Grünen, wa? Das sieht richtig gut aus hier. Das ist ein ausgetrockneter Flusslauf. Auch richtig nice. Hier oben ist hier so ein Kastell oder sowas. Also es sind schon puschelige Ecken bei, ne? Also jetzt schon. Das Ding, wie gesagt, äh... Ist hier noch in einer sehr rohen Fassung. Ah, ich finde das auch sowieso. Ich finde das toll. Ich meine, er weiß selber ganz genau. Aha, so eine rote Karte da, ne? Da haben wir ja schon mal... Das legen erst mal 99% erst mal ab. Im Prinzip schon, weil sie es nicht kennen. Ne, was ein Buur nicht kennt, das Fretti nicht. So. Ja, aber... Naja. Trotzdem sich dann da hinzusetzen und... Noch mehr Details und noch hier eine Kleinigkeit. Und dann hier, Diego, guck mal. Ich hab da schon ein bisschen was vorbereitet. Vielleicht findest du ja was, äh... Ne, irgendwelche fliegenden Bäume oder so. Also das ist wirklich beeindruckend. Also ich, äh... Ich mag das. Oh, hier ist schon das erste Baumwollfeld. Also ich finde... Auf jeden Fall, dass man hier auch Flächen haben sollte zum Platzieren. Damit man diese ganzen Produktionslinien hier reinmachen kann, ne? Ich denke, das werden viele... Wollen hier das komplette, ähm... Programm haben, ne? Mit alles selber machen und so. Dafür bietet sich ja so eine Vierfach-Map auch an, ne? Hier ist sogar Wasser in dem Flusslauf. Also landschaftlich ist das mal ganz großes Tennis, oder nicht? Ich weiß ja, ich... Ich... Ich drehe in die Kamera und denke nur... Ba, 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 ba. Das ist schon... Schon nice hier, echt. Hm. Aha. Hier kommen wir zu einem Gehöft. Da bin ich aber in dem anderen drauf umgefangenen Video auch schon gewesen. Mal gucken, ob wir hier Platz haben. Das ist auf jeden Fall alles sehr weitläufig. Ähm. Ist aber auch so, was steht da hinten für ein LKW? Jetzt muss ich... Ich muss erst einmal hier gucken. Ah, mit Regal und... Yeah. Ah, hier steht auch schon direkt das richtige Spielzeug. Okay, 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 okay. Alles klar. Aha. Mit solchen Sachen spielt man also hier. Interessant. Interessant. Ähm. Was ich, äh, so spannend finde, ist auch, ähm... Ich bin nicht mal wirklich abgeneigt, das auch wirklich zu spielen, das Ding. Das ist... Total krank. Also das ist, äh, sehr puschelig. Also das ist, äh, wirklich puschelig gemacht, ne? Das ist eine Piep-Deine-Mutter-Standard-Halle. Was man daraus machen kann, ne? Wahnsinn. Was ein Wahnsinn. Gut, okay, zum Durchschubbern ist jetzt hier nix bei, ne? Haben wir denn hier noch genug Platz und noch was... Ja, hier vorne vielleicht, ne? Gut, das mit dem Terrain erheben und senken, das funktioniert ja mittlerweile auch. Ja gut, hier kann man vielleicht noch ein bisschen was machen. Das ist aber von der Original-Map so übernommen worden, ne? Das kann sein, dass bei denen auch anderes Gras wächst, ne? Ja, es, äh, gibt noch ein, ein Leben hinter Ostwestfalen-Lippe, hab ich festgestellt. Uppala. Auf Abwägen hier. Also da sind schon ein paar schöne Postkarten-Motive bei, wenn man mal so guckt. Boah, und da müsste man mal einmal so richtig durcheskalieren. Und dann auch mal mit diesen komischen Sachen. Mir ist ja aufgefallen, diese ganzen großen Sachen, die sind ja für Europa viel zu breit. Ja, da sind ja so Sämaschinen-Kombinationen. Die sind ja im zusammengeklappten Zustand schon sechs Meter. Da kann ich hier gar nicht mit fahren in Europa. Hier kann ich damit fahren. Hier interessiert das einfach keine Sau. Äh, ähm, niemanden, wollte ich sagen. Hier interessiert das einfach niemanden. Hier fährst du halt schön vorsichtig und langsam mit dem Ding und dann klappt das schon, ne? Das ist eine andere Halle. Was ist das für eine Halle? Ah, die hab ich schon mal gesehen. Gesehen hab ich die schon mal. Hat uns hier einen gelben Tatt reingestellt. Auch nicht schlecht. Passt aber. Das ist die, so fröhliche Farben und so. Das gehört hier hin. Ist aber auch keine Durchfahrhalle geworden. Verdammt. Gut, so ein, so ein Sattelauflieger, den kannst du besser rückwärts in die Scheune reinfahren, äh, als einen Drehschimmel. Also ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber. Das sind die Standardgebäude, ne? Ja, mit der kaputten Dachplatte. Alter, dieses Zuckerrohr-Wahnsinns-Teil. Boah, da muss man auch Zuckerrohr echt lieben, wenn man das damit macht. Ach, hier ist, hier ist zu Ende hier. Aber wo zu Ende? Ah, verdammt. Das Video. Ich nutze hier mit das Video. Oh, jetzt hab ich mich noch festgefahren. Ah, ich wär noch weitergefahren. Ich schwör. Hier laufen noch ein paar Meter. Bin ich noch in meinem Quadranten? Ah, Autosave. Ja, Autosave, ganz toll. Boah, ich hab nicht viel geschafft, ne? Ich hab in einer Viertelstunde nicht wirklich was gezeigt von der Map, ne? Ja. Schreib mal ein bisschen. Oh, ach, mit dem Gesicht, das Mikro weggedetscht. Ähm, schreib mal ein bisschen in die Kommentare, ne? Habt ihr vielleicht Anregungen, Wünsche? Ähm. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktionen. Jetzt ist noch Zeit. Vielleicht, äh, bringt die Redka ein Schluss auf irgendwelche wilden Ideen und der hat da womöglich Bock drauf oder so, ne? Man weiß es ja nicht, ne? Was man da auslöst mit dem Kommentar. Ähm. Ich bin nochmal sehr gespannt, äh, was, was ich noch alles entdecken werde. Ist auf jeden Fall riesig groß, das Ding. Mann, Mann, Mann. Und jetzt schon hübsch, ne? Überleg mal, ne? Ähm. Es ist ja quasi, muss man da ja die vierfache Arbeit reinstecken, ne? In so eine Vierfach-Map. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. So, Diego ist draußen. Habt euch lieb. Nein, falsche Taste.